Darf heute Abend das Taschentuch beglücken? Das wäre ja passiert. Das war's für heute Abend, das war's für heute Abend. Schau mal los, Katze! Entscheiden Sie sich! Ich höre mal. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Lade neues Magazin. Gibt er halt gelegt. Die Heizabstattung. Fang fertig. Zehn Sekunden. Fünf Sekunden noch. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Lieber aufgestellt. Bei ihr seid ihr. Ja, natürlich. Geht. Du bist� Ach. Geht. Geht. Ein Gegner verbleibt. Gift platziert! Gift platziert! Die Bomben sichern. Wann Verstärkungen werden angebracht? Kann er noch nicht wieder alles vor? Es bleiben noch 10 Sekunden. Achtung, die Gegner haben eine Bombe gefunden. Noch 5 Sekunden. Wanns gesichert? Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht den Angriff bereit. Kaffee? Ok. Na ja, fließt es, Alter. Was ist das denn? Das ist nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ja, das gleiche hatte ich ja auch vor. Ich hatte keinen Schuss mehr auf der Waffe. Ich wollte ja nachladen. Ich habe auch gar nicht auf dich bezogen. Alles gut. Na, na, ärgerlich. Das ist das. Das ist das. Das ist ja auch nicht wahr. Ich habe auch nicht auf die Waffe. Das ist das. Ich habe nicht auf die Waffe. Aber ich habe nicht auf die Waffe. rickrott ich habe mich dass sie nur rekruten haben gelangt zu ihrer position und entschärft sie ja Hm. Der hat wahrscheinlich die vier deutschen Flüsse genannt. Rein in meinen Po. Alle die vier Flüsse waren es. Große Herr Italien. Wir müssen eine Bombe aufschwören. So, wir waren gespannt, ob sie jetzt nochmal auf die Idee kommen, sich ein bisschen wegzuschießen. Hi, Pussy. Hi, Pussy. Okay, Kaja. Noch zehn Sekunden. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Rück zur Bombe vor und entschafft sie. Erstmal bitte, Fussy. Wie auf Deck ist der Puls? Jetzt kommt noch die Zeit. So, jetzt wird das Kör. So, jetzt wird das Kör. Die sind hier links bei mir an der Ecke. Der Puls ist schon die ganze Weile dort. Jetzt ist er weg. Der sitzt halt Anfang der Runde auf der Ecke. Ja, gescheckte Runde, weil sie sich ja relativ gut weggeschossen haben. War alles vertosen übrigens. Nein, aber die Namen. Das kann auch sein. Ja, aber jetzt ist die... Ich habe keins. Schade. Äpfel... Ich habe gesagt, ja... Auch hier. Ich habe gesagt, ja... Untertitelung des ZDF für funk, 2017